What do you want for Christmas, CeeLo? For Christmas? All I need is love. Oh yeah. All I need is love. Yeah. All I need is la la la. Ja und dann gibt es plötzlich zwei Ausschlüsse gegen die Tschechen, somit Überzahl für Zagreb. Fünf gegen drei und die wissen diese Überzahl auch zu nutzen. Ausgleich, David Bryan, 49. nach Vorarbeit von Brandon Buck. Der Ausgleich aus dem Obertheim verläuft ohne große Höhepunkte. Der Sieger wird also im Shootout ermittelt und dort holt sich Zagreb den zehnten Sieg in Folge gegen Snowmo. Adam Miller bezwingt KZ und so hängt die Durchstrecke der Adler weiterhin an. Zagreb bleibt erster Verfolger von den Capitals.